Weiter geht's, würd ich sagen. Dann probieren wir einfach mal die Quest hier aus, würd ich sagen. Und schauen, was da passiert. Vielleicht kommt der auch aus Japan. Sieht aus, als wäre er in der Notlage. Also, was da passiert? Ich gebe dir einen guten Tag, aber ich glaube, dass es mich überhaupt nicht verletzend ist. Ich habe alle Schmerzen der Eifel-Plates auf das schnelle Fahrt geschaut. Ich habe mich nicht verletzend, sondern ich habe mich nicht verletzend. Ich habe mich nicht verletzend, dass es nicht verletzend ist. Aber ich habe mich nicht verletzend. Ja, man sollte vielleicht auch antworten, ne? Ähm, so, also, er scheint ein echtes Problem zu haben, weil er sein Hotel nicht findet. Weil sollte ich ihm helfen? Ich helfe ihm, sein Hotel zu finden. Machen wir doch natürlich. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut zu finden. Oh, das ist wirklich? Ich danke dir. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut zu werden. Es ist wirklich so schwer. Und das Hotel zu finden ist, welches Name der Hotel ist? Ich glaube, es ist das Hotel Beachside. Ich weiß nicht, ob ich es wissen. Okay Ich bin nicht so schnell, wie das Hotel steht Ich weiß nicht, wo ich das Hotel habe Beechside? Ich weiß nicht, ich weiß nicht Nichts Das ist nichts Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht Es gibt einen Hotel Oder will er uns etwa in die Völle locken? Ach ja, ich weiß nicht. Oder will er uns etwa in die Völle locken? Man, ich hatte nicht gedacht. Ach ja. Das wird ja synchronisiert. Vielleicht ist es ein wunderschönes Hotel oder was? Ja, ich habe es einfach nur auf die Netzwerke. Hey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Danke schön. Ich habe mich sehr schön gemacht. Oh これどうぞ 私からの歓迎の気持ちです あ、ありがとうございます あなたにも あ、レイ切らしちゃった 俺はいいよ 気持ちだけもらっておくぜ じゃあ小さいですけど この花をあげますね 気持ちだけはレイにもまけてないです 綺麗だね OK そうだね ありがとうよ プルメリア 美しいブルメ このブルメリアは お姉さんは現地の方ですよね ホテルビーチサイドってご存知ないですか ちょっと道がわからなくなってしまって ホテルビーチサイド そんなホテル この辺にないと思うけどな そ、そうですか ありがとうございます ちなみに ホテルシーサイドじゃないですよね だったら この道をちょっと進んで いきなり 連邦に渡って Es ist gut, was du? Und... Danke, Frau. Ich bin froh, dass ich heute hier sein kann. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, genau. Ich bin froh. 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 Ich habe die Trä centro castell GI. Aber ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich müsste Möglichkeiten die Arbeit. Kann ich sie zuK flakes上ım? Es reicht... Sie auch? Wir waren. Sie müssen, dann können wir uns das hier alleinig wieder zusammen rigid increasingly گ studenten. Genau. Was ist das so schön? Okay. 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 Das ist nicht so weit. Dann gehen wir. Ja! Dann, Kasuka, ich bin hier. Danke. Oh. Dann, ne? Glück, dass er so eine nette Frau spenden. Wettende Güte. Hm. Dass wir mal nix machen mussten oder so. Da haben wir sogar auch noch was bekommen. Deswegen, gründer ich mich ja schon fast. Oh, wieso nicht weit von dem Punkt, wo wir waren, weg noch. Oh, was hast du denn so zu bieten? Aloha! Aloha, ach ja, ich hab ja kein Geld. Das stimmt ja. Danke! Ja, hier sind Gegenstände echt wichtig. Habe ich gemerkt. Mülljäger. Ja, wir sind halt Mülljäger. Nicht da rein? Oh, noch nicht. Schade. So, suchen wir noch Freunde und so. Aber ihm kommen wir dann sogar... Wir sind sogar Freundschaften. Aber... Das kaufen wir ihm nicht. Problem ist, ich hab kein Geld. Ich muss mich also prügeln. So. Alles für die Freundschaft. Oh. Oh. So, ich hab Schnauze. Ich weiß nicht, dass er einfach nichts abgekriegt hat. So, und... Und... Und den schon erledigt. Sehr schön. Aloha, Aloha. Ich würde gerne ein Freund werden. Aloha. Aloha. So. Oh, Käsepizza. Das klingt aber lecker. Pizzawaii gern. 46 Dollar. Eine Pizza für 46... Ich steck mir eine Pizza einfach für... über 15 Euro ist schon teuer. Pommes. Oh, dann nehmen wir ein paar Pommes, würde ich sagen. Einen Cola... Oh, die macht ja einen Tee, ne? Dann machen wir auch noch mal. Und ein... Eine kalorienfreie Cola. Weil das ist davon so viel wert. Bitte schön. So, danke schön, danke schön. So. Ich weiß gar nicht, ob bei ihm die Menge irgendwie was draus macht. So. Aloha, Bürger. Hallo. Oh, hier können wir dann wieder so ein Event auslösen. Okay, danke. Äh, ich kann nicht hier quatschen. Was ist los? Schon gehört, Mann? Hab ich nicht gehört. Hamburger sind gesund. Haha. Gehört, Mann. Hab ich gehört. Was? Das wusste ich schon. Na, wenn Hamburger gesund sind, ey, dann... hab ich scheinbar immer was Falsches gegessen. Nicht mal mehr Hamburger essen, solche Idiot. Sideway closed. Sideway closed. Da laufen Leute rum. Da sind sogar Gegner, glaub ich, ne? Da laufen sogar Gegner hier. Tee. Lalalalalala. Entschuldigung. Was ist das mit diesen Speisen? Ah, ne. Hier war man auch nicht spannierbar. Tatsächlich. Oh. Guck mal hier, Hund. Ja, ich würd gern mit dem Hund reden. Da haben wir Hundefutter. Was ist das? Zip. Jetzt waren wir mit Hund befreundet. Sehr schön. Aloha! Zitaten verwenden. Okay. Ich könnte was... Ah! Da stehst du unten. Okay. Wie viele Zeremonie? 200 MP für die Gruppe. Bei einem 200 MP? Jetzt gibt's ein viel, oder? 100 MP, 100 MP. Was aber auch für die ganze Gruppe dann? Oh. Oh. Komm mal. Ja mal. Zack. Danke. Arigato. Arigato. So. Ja, gut. Dann ist auch. Hier können wir noch rein und zwei Akkus. Wir wollen Holzbretze. Schön. Ich hab das so oft jetzt alles schon... Oh. Ich würd gern nicht jemand anderes... 5 Cent. Wow. Was waren dann die... 10 Yen oder was? Ne. Oh, nicht umfahren bitte. Ich bin zu jung zum sterben. Äh... Da ist noch Klamottenladen. Aloha! Luxusgürtel. Der ist blau. Okay, aber das scheint doch... 2500... Äh... Da ist mir der... Oh. 6. Es geht bis 6. 70.000 für diese... Schuhe. Oder 110.000 für dieses... Schöne Jeckschuhe. Oh. Alles klar. Alles klar. Jetzt kommen wir dazu. Was kaputt tun. Eieieieiei. Ein Regenbumfragment. Cool. Ja, ich musste da jetzt hin. Wir könnten jetzt direkt hier die Gäste langlaufen. Hallo! Hi! Erstmal ein bisschen Meier. Wäre netter Körsens. Dann habe ich gehört, ich brauche ein bisschen Milch. Für gewisse personalen Sachen. Oh, das sah gut aus. Gegenständen der Ausrüstung. Äh, hier? Ne, da? Äh? Hier? Okay. Okay. Aber wir können selber noch die Ausrüstung optimieren. Okay. Hm. Okay. Aber, ah, vielleicht hier bei ihm. Ne. Statt, hab ich jetzt gedacht, weil er... Handschuhe? Er steht mit Fäusten, so weißt du? Aber ne. Hm. Schade. Okay, doof. Doof, doof, finde ich das. Machi machi. Oh. Oh. Oh, voll ins Geländer reingelaufen. Wollen wir mal, sind hier keine Freunde mehr? Wollen wir mal, sind hier keine Freunde mehr? Warte, ich hier gerade irgendwie ein Ding zum Sammeln. Oh. Oh, das ist so rein. Oh, guck mal, jetzt können wir... Ah, die müssen ja alle freischalten, die Taxi-Stände, okay. Oh, hier sind ja wieder die Bösecke, wo wir ja schon mal auf die Schnauze bekommen haben. Oh. Oh, guck mal, jetzt können wir... Ich erinnere mich. Oh. So, hier wird's schon wieder. Einer. Oh, ja. Einschreiten wir mal, ne? So. Alles klar. Skill. Sturm. Sturm. So viel gedruckt, aber egal. Die haben wir auch nicht gesetzt. Äh, kriege ich den? Ah, nein, der war ich gerade aus. Oh, Mann. Was genutzt? Hier kann ich noch stehen. So. Was für Türk. Ah. Ah, man hat's nicht gesiegt. Knapp. Aber... Geschafft. So, na. Sehr schön. Der Keuch, ich will kurz tot. Oh, ein Glück. Ja, nicht der Redewerk. Hier! Ich tanke deine Hilfe. Also, wir haben noch mal. Ordentliche Beziehung. 30. Hey! Wir haben schon 30 Leute geholfen. Was? Äh... Ja, hier. Wenigstens ein bisschen Leben dazu bekommen. So. Pitch-Stop. Wie haben wir denn diesen Pitch-Stop eigentlich? Den habe ich so oft jetzt schon gesammelt, glaube ich. Machen wir den denn? Oder den? Ah, komm mal. Jetzt kommen wir jetzt hin. Warte mal, kann ich gerade noch von 5 davon tragen? Deswegen habe ich den Pitch-Stop zum Beispiel gelagert. Und was ist mit dem Pitch-Stop? Pitch-Stop, da. Stärkt im Kampf vorübergeben, das ausreichend. Ach so. Ah, Pitch-Stop kommt wirklich noch 5. Ah, Apple-Defense. Das war das, was ich hatte. Okay. Okay, okay, okay. So, da sehe ich noch, oder was? Zack. Boah. Ah, ich bin echt ein Sammler, Sammler, Sammler. Oh, hier noch wieder was, äh... Nö, nö, nö. Oh, schönes Hotel. Okay, dann können wir nochmal Endgück zahlen. Oh, äh... Ups. Ah, ich will nochmal hineinzahlen. Machen wir schon mal ein bisschen was auf der Wohnkante. Da hättest du dir doch ein Kaffer, siehste. Wow. Ich brauche eigentlich mal was, wo ich verkaufen kann. Äh... Jo, dann setzen wir jetzt mal hier rein. Okay, dann zick zack an die Son, oder? Dann los. Was du heute kannst besorgen. Was schiebe ich jetzt auf morgen. Oh, so... Ich bin hier, Kiyuu-san. Jetzt bin ich da. Kasuka... ...zir Hejkar. Ich bin hier... ...zirn. Das war's für mich. Das war's für heute. Nein, es war kein Problem. Kasug. Was ist das? Das ist dein Schmuck? Das ist der Wohnung von der Akane? Ja, ich habe noch nicht gesehen, aber... Ich bin der Ahkane, die diese Bilder. Ich bin der Jahre alt, aber ich bin der Ahkane. Kiyu, was ist das, was das Bild? Warum hat Kiyu, die Ahkane, die Bilder auskennen? Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gerade gesagt, dass ich von einem bestimmten Menschen herausgefunden habe, dass man einen bestimmten Menschen herausgefunden hat. Das ist dieser Mann. Was? Der Mann, der der Akane-San-San ist? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Grüß dich in die Nähe! Ja! Aber das ist ein Schmerz. Warum hat er... Ich weiß nicht, was ich hier gekommen bin. Hey. Tomizawa. Jetzt ist es ein guter Ort. Ja. Das war's für mich. K...Kiryu-san!? Kürra... Das war's für mich. 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 Okay. 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 Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Okay. Okay. So. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich.